Trost, was ist das eigentlich? Ein Kind kommt zu Ihnen und erzählt tief bewegt, dass das Meerschweinchen krank geworden ist. Dass es beim Tierarzt war und ganz schwach ist und nichts essen will. Wie reagieren Sie denn dann ganz spontan? Sagen Sie, wird schon wieder und tätscheln das Kind über den Kopf? Oder fragen Sie nach, was der Tierarzt alles gemacht und gesagt hat? Oder gehen Sie auf die Knie und öffnen die Arme ohne viele Worte? Und wie wäre es, wenn ein erwachsener Mensch Ihnen erzählte, dass die Mutti plötzlich ganz krank geworden ist und im Krankenhaus liegt? Die Untersuchungen sind in vollem Gange, aber noch sei alles ungewiss. Wie wäre da Ihre Reaktion? Kopf hoch, Kumpel, wird schon wieder! Oder würden Sie sich über alle Symptome informieren? Tipps geben zu Ärzten, zur Ernährung und zum Sport? Oder würden Sie nachfragen, wie es demjenigen damit geht, dass die Mutti so krank ist? Und dann zuhören, wirklich zuhören, ohne Tipps oder Vorschläge zum Besserfühlen oder Gesundwerden. Und wenn dann plötzlich Tränen wären oder Verzweiflung hervorbrechen würde, was dann? Da sein, da bleiben, vielleicht eine vorsichtige Berührung, die Sprachlosigkeit und den Schmerz teilen. Das ist oft der größte Trost, denn Trost kommt von Treue.